Wann immer es Verwirrung bezüglich Anbetung gibt, dann, so meine ich, lässt sich diese Verwirrung runterbrechen auf Folgendes. Ist Anbetung oder ist Gottesdienst etwas, das wir tun oder ist es etwas, das für uns getan wird? Ganz allgemein denke ich, dass man sagen kann, dass das Neue Testament beides als wahr beschreibt. Und in seinem ersten Vortrag hat uns Wann diese Idee vorgestellt, dass unsere Anbetung Gottes ganz eng zusammenhängt mit Jesus Christus. Ultimativ kann nur Jesus selbst Gott diese Anbetung geben, die er verdient. Und in diesem Sinne ist Anbetung etwas, was für uns getan wird. Wenn wir denn in irgendeiner Art und Weise teilhaben an Anbetung, dann deshalb, weil wir mit Christus vereint sind. Aber ganz oft, wenn wir über Anbetung reden, sowohl in unserer Gemeindeversammlung als auch bezüglich unseres ganzen Lebens, dann sprechen wir darüber als etwas, was wir tun. Und deshalb müssen wir unsere Sprache, unser Vokabular der Anbetung hinterfragen. Und mir ist bewusst, dass es wahrscheinlich nicht der beste oder einfachste Weg ist, wenn ich jetzt vom Griechischen ausgehend über das Australische, dann das Englische, letztendlich im deutschen Lande. Aber wir müssen verstehen, dass es viel mehr Worte in unseren Bibeln für Anbetung gibt, als wir in unserer modernen Übersetzung oftmals sehen. Deshalb auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein bisschen vereinfache, möchte ich sagen, dass das Vokabular der Anbetung in der Bibel meistens in eine von zwei Kategorien fällt. Anbetung als Ehrerweisung und Anbetung als Dienst. Anbetung als Anbetung als Ehrerweisung korrespondiert mit der Sprache, mit dem Vokabular, das wir in Johannes 4 gesehen haben. Es ist das griechische Wort proskuneo. Und wie Vaughn uns gezeigt hat, führen die großen Leitlinien der wahren Anbetung in der Bibel immer zu Jesus. Johannes zeigt uns, dass Jesus nicht nur das Objekt unserer Anbetung ist, er ist das Mittel unserer Anbetung. Er allein ist die Wahrheit. Und diejenigen, die durch den Geist den Vater anbeten, tun das mit Hilfe dieser Wahrheit. Wahre Anbetung hängt also in anderen Worten und rennbar zusammen mit unserer Einheit, mit Christus. Im Heiligtum anzubeten war unvollkommen. Tieropfer, Brandopfer darzubringen, war unvollkommen. Anbetung im Alten Testament, im Alten Bund war nur dazu da, uns auf Jesus als den wahren Anbieter hinzuweisen, da nur er derjenige ist, der sich dem Thron Gottes an unserer Stadt für uns annähern konnte, kann. Und dieses grundlegende Wort für Anbetung im Griechischen, Proskuneo, heißt so viel wie sich niederbeugen oder sich auf dem Gesicht liegend auszustrecken. Was man sich gut vorstellen kann, sehr oft passiert ist im Alten Vorderen Orient damals. Wo man sich eben niedergebeugt hat vor einem König oder vor einem Götzen, um seine eigene Ehrerbietung, seinen Respekt zu zollen. Es ist das gleiche Wort, das in den Zehn Geboten gebraucht wird. Wo Gott vollständigen Gehorsam, vollständigen Respekt fordert. Es ist das Wort, das die Weisen beschreibt, die vor dem Christuskind sich niederbeugen. Oder die furchtsamen Jünger in dem sinkenden Boot. Oder die Ältesten, die sich in Offenbarung fünf Tag und Nacht vor dem Thron niederbeugen. Das ist das Wort, das Jesus in Johannes 4 gebraucht. Das er gebraucht für dieses größte Angebot, was jemals der Menschheit gemacht worden ist. Das Angebot, sich Gott perfekt in vollkommener Art und Weise anzunähern, durch ihn. Wenn das alles wäre, was zu sagen wäre über Anbetung, dann wären die Dinge sehr einfach. Dann könnten wir jetzt nach Hause gehen. Aber Anbetung ist ein schwieriges Thema für viele Gemeinden. Weil viele nicht klar darüber sind, was wir zu unserem Gottesdienst bringen sollten. Geht es um Musik? Geht es um unsere Erfahrung? Geht es um unser ganzes Leben? Ganz egal, ob wir angetrieben werden von Traditionen, von unseren Emotionen oder von dem Wort Gottes. So denken wir doch alle irgendwie, dass wir manchmal Dinge tun müssen, um Gott in einer angemessenen Art und Weise anzubeten. Es kann doch nicht einfach nur um unsere Einheit mit Christus gehen, oder? Und ich möchte betonen, ja, es gibt tatsächlich nichts Wichtigeres als diese Einheit mit Christus. Das Bild in Offenbarung 5, das ich erwähnt habe, zeigt an, dass Gott in Ewigkeit von seinem Volk angebildet wird. Und nur deshalb, weil Jesus Christus das Lamm Menschen erkauft hat, aus jedem Stamm, aus jeder Nation, von allen Sprachen, durch sein eigenes Blut. Aber wie ich gesagt habe, es gibt noch anderes Vokabular bezüglich Anbetung in der Schrift. Das nicht zwingend damit zusammenhängt, was Christus für uns getan hat, sondern mit den Dingen, die ich tue. Wenn Anbetung als Ehrerbietung das ist, was Christus für uns getan hat, dann ist Anbetung als Dienst das, was wir nun als Gemeinde, als Kirche tun. Anbetung als Dienst passiert immer noch in Christus, aber es ist die Antwort auf unsere Errettung. Und deshalb werde ich jetzt versuchen, wenn auch nur in Kürze, dieses Thema der Anbetung als Dienst zu entfalten. Also erstens, wie passen Anbetung als Ehrerweisung und Anbetung als Dienst zusammen? Welche Beziehung stehen sie? Nun stellt euch vor, jemand gibt vor, in dich verliebt zu sein. Dann würdest du erwarten, einen gewissen Ausdruck dieser Liebe zu sehen in Dingen, die diese Person tut. Indem sie dir Blumen kauft oder dich zu einem romantischen Abendessen mitnimmt. Diese Dinge sind wunderbare Dinge. Aber was sie eben so besonders macht, ist die Liebe, die diese Taten antreibt. Und so ähnlich funktioniert auch Anbetung. Anbetung als Ehrerbietung ist quasi die Einstellung unseres Herzens, unsere Herzenseinstellung. Worship as Service is how we express the attitude of our hearts. Anbetung im Dienst ist die Art und Weise, wie wir das, was in unseren Herzen ist, zum Ausdruck bringen. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass die Bibel ein ganz reichhaltiges, buntes Vokabular von Anbetung hat. Aber das ist nicht immer so klar in unseren Übersetzungen. Wenn wir nun über die Anbetung als Dienst nachdenken, dann ist wahrscheinlich das wichtigste griechische Wort, das Wort Latruo, was so viel heißt wie Dienst oder Dienen. Wie ich gesagt habe, es ist der Ausdruck unserer Herzensanbetung. Es gibt tatsächlich eine Vielzahl verschiedener Worte bezüglich dieses Dienstes im Neuen Testament. Und Latruo specifically carries the idea of religious service. Und Latruo bringt diese Idee des religiösen Dienstes mit sich. Aber wie wir das verwendet haben, ist sehr viel auf den Kontext, wo wir dieses Service passieren sehen. Aber wie wir diese Wahrheit anwenden, hängt eben eng damit zusammen, in welchem Kontext dieses Wort steht. Und ich sollte von vornherein sagen, dass der Kontext des Dienstes im Neuen Testament nur sehr selten etwas mit der Gemeinde zu tun hat oder mit der Versammlung. Oder Liturgie. Viele werden davon gehört haben oder selber darüber gesprochen haben, dass unser Gottesdienst, unsere Anbetung das ganze Leben umfassen sollte. Der typische Vers, auf den Leute verweisen in diesem Zusammenhang, ist Römer 12, Vers 1. Und eine nicht sehr hilfreiche englische Übersetzung bringt diesen Vers folgendermaßen zum Ausdruck. Darum ermahne ich euch, in Anbetracht von Gottes Barmherzigkeit, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges Opfer. Heilig und wohlgefällig vor Gott, das ist euer geistlicher Akt der Anbetung. Also ich bin nicht ganz sicher, wie die deutschen Übersetzungen hier übersetzen. Aber warum eben diese Übersetzung nicht so hilfreich ist, liegt daran begründet, dass die zwei Schlüsselworte hier falsch übersetzt sind. Geistlich sollte eigentlich vernünftig heißen. Und Anbetung sollte vielmehr als Dienst übersetzt werden. Also bringt eure Leiber als ein lebendiges Opfer dar. Das ist euer vernünftiger Dienst oder Gottesdienst. Ich vermute irgendwie, dass die Übersetzer versucht haben, diese geistliche Anbetung zu harmonisieren mit der Anbetung in Wahrheit und im Geist, die wir eben in Johannes 4 gesehen haben. Aber es gibt eben einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Passagen. True worship in Christ, in John 4, is equated with our union with Christ. Wahre Anbetung in Johannes 4 ist mehr oder weniger gleichzusetzen mit unserer Einheit in Christus. It's what Jesus does on our behalf. Es ist das, was Jesus an unserer Stadt tut. In Romans 12 hingegen ist der Dienst das, was die Gemeinde als Antwort auf ihre Erlösung tut. Mein Punkt ist der, Anbetung und Dienst gehören ganz offensichtlich zusammen, aber sie sind nicht das Gleiche. So in Luke 4, Jesus quotes in the Old Testament, in Luke 4, it is written, you shall worship the Lord your God and him alone shall you serve. Deshalb zitiert Jesus in Lukas 4, das Alte Testament und sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn anbeten und ihm allein dienen. One of the problems with this harmonization is that it opens up potential confusion. Und eines der Probleme dieser Harmonisierung ist, dass Verwirrung entstehen kann. Is Paul talking about church liturgy or all of life worship or both? Redet Paulus nur über Liturgie im Gottesdienst oder über das ganze Leben oder über beides? Man kann dafür argumentieren, dass das Leben ja die Gemeinde beinhaltet. Deshalb muss auch das, was wir in unseren Versammlungen tun, eben Anbetung sein. Andere schlagen vor, dass Paulus ganz bewusst diese rituelle Sprache verwendet und deshalb die Versammlung im Blick haben muss. Und meine Herangehensweise wäre die, zu fragen, was sagt uns denn der Kontext über das, was das Opfer, der Dienst ist an dieser Stelle. Anstatt uns eben in eine liturgische Richtung zu drängen, soll unser Dienst an dieser Stelle eine ethische Ausrichtung, ethische Komponente haben. Wir sollen von anderen höher denken als von uns selbst. Mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, dienen. Prophetisch reden, lehren, ermutigen, großzügig sein. Showing mercy, showing love. Barmherzigkeit zeigen, Liebe erweisen. Hoping, suffering, praying. Hoffen, leiden, beten. Rejoicing, weeping, overcoming evil with good. Sich freuen, weinen und das Böse durch das Gute überwinden. Als lebendige Opfer imitieren wir Christus in jedem Aspekt unseres Lebens. Aber es gibt keine besondere Betonung hier auf unsere formelle Versammlung. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass Römer 12 der einzige Weg ist, wie Paul unsere allumfassende, lebensumfassende Antwort beschreibt. Tatsächlich benutzt Paulus eben nicht nur diesen rituellen Dienst, sondern er benutzt drei verschiedene Worte in diesem Kapitel. Da ist eben Latreia, dieser rituelle Dienst in Vers 1. Diakonia, ministerial service in Vers 7. Da gibt es Diakonia, den administrativen Dienst, wenn man so will, in Vers 7. Und Duleo, der Dienst als ein Knecht oder Sklave in Vers 11. Die christliche Antwort auf Gottes Barmherzigkeit umfasst also viel mehr, als es nur eine rituelle Antwort tun könnte. Ich würde aber auch dafür argumentieren, dass dieser lebensumfassende Dienst, wie radikal er auch ist, nicht so radikal ist in der Hinsicht, dass es eine neue biblische Lehre wäre. Denn Gott wollte nicht, dass Israel für ihre Tieropfer bekannt ist, sondern für ihre Liebe und für ihren Dienst ihm gegenüber. Und dass ihre Ehre, Ehrerweisung Gott gegenüber eben in Gerechtigkeit und in Freundlichkeit anderen gegenüber zum Ausdruck kommen sollte. In 5. Mose 6 lesen wir, Als Nation, die von Gott aus Gnade gerettet wurde, war die Antwort, die Gott von Israel erwartete, eine Anbetung aus der Tiefe ihres Herzens heraus. Und gleichzeitig ein Dienst in ihrem ganzen Leben. Und als eine Gemeinde, die durch Gottes Gnade errettet wurde, befiehlt Paulus uns genau das Gleiche. Er benutzt die Sprache von Opfer, aber genauso benutzt er die Sprache des Dienstes und der Knechtschaft. All das eben, um ein Leben zu beschreiben, das auf andere ausgerichtet ist. Now, the other way the New Testament considers service is in the priestly work of Christ. Nun, der andere Weg, wie das Neue Testament Dienst betrachtet, ist in der Priesterarbeit Christi. So schauen wir zum Beispiel Hebräer 9 an. Und ich gebe zu, das kann jetzt verwirrend werden. Weil hier wiederum Latreia verwendet wird. Aber eben in einem anderen Kontext, um Christi Werk an unserer Stelle zum Ausdruck zu bringen. In Römer 12 wird Latreia in bildlicher Weise für unseren Dienst verwendet. In Hebrüse Latreia is used literally to describe the service of the priests. Dem Hebräerbrief wird Latreia nun in einem wörtlichen Sinne verwendet, um den Dienst des Priesters zu beschreiben. Paul verwendet die Sprache des rituellen Dienstes, um die ethische Antwort unseres Glaubens zu illustrieren. Hebrews uses ritual service to speak of Christ's ritual service. Der Hebräerbrief verwendet diese Sprache des rituellen Dienstes, um tatsächlich von einem rituellen Dienst zu sprechen, nämlich Christidienst. Also es ist ein bisschen verwirrend. In der Logik von Hebräer Kapitel 9 beschreibt der Autor die Kontinuität vom alten zum neuen Bund. Während oder obwohl das alte Testament gewisse Regeln vorgesehen hat für den religiösen Dienst und das Ganze eben fokussiert war auf den Tempel, diese Opfergaben dennoch nicht die Fähigkeit, das Gewissen des Anbeters reinzumachen. Vielmehr sollte dieser Dienst nur auf etwas, oder besser gesagt, jemanden verweisen, der dazu in der Lage wäre. Vers 14 So heißt es in Vers 14, denn es ist das Blut Christi, das unsere Gewissen von toten Werken reinigt, um dem lebenden Gott zu dienen. Let's have a look at Vers 24 and 26. Ich lese uns Hebräer 9, Vers 24 und 26. Vers 26 b So earthly rituals are in fact Das heißt, diese irdischen Rituale sind tatsächlich nicht real, sondern sie sind nur Kopien von etwas Perfektem, von etwas Vollkommenem. Sie sind nicht wirksam in sich selbst, sondern illustrieren nur etwas. Sie sind nicht wirksam in sich selbst, sondern illustrieren nur etwas. Stellt euch vor, wie ich ein Lieblingsgemälde von mir an den Wänden meines Hauses hängen habe. Es zeigt mir etwas davon, wie großartig der Künstler, der Maler ist. Aber der tatsächliche Van Gogh oder Monet oder Picasso, auf das dieses Gemälde hinweist, das hängt woanders, nämlich in der Pinakothek. Das heißt, diese Rituale im Alten Testament, sie verweisen uns nur auf Christus, der im himmlischen Tempel dient. So the point of Hebrews is not to turn Old Testament ritual into New Testament church liturgy. Der Punkt im Ebräerbrief ist also nicht, dass er alttestamentliche Rituale jetzt transformieren will in neutestamentliche Liturgie. It's the opposite. Nein, es ist das Gegenteil. Es verweist auf die eschatologische Realität, dass Christus als Priester an unserer Stadt wirkt. So I'm sorry if this is confusing. Hast du mir leid, wenn es ein bisschen verwirrend ist. Latreia can be used to talk about our response to salvation in Romans 12. Das heißt, Latreia kann über unsere Antwort auf unsere Erlösung in Römer 12 sprechen. It can also be used to speak of Christ's priestly work on our behalf in Hebrews. Es kann aber gleichzeitig auch sprechen über Christi-Werk an unserer Stelle. And that is different again from Christ's worship of God in which we share in John 4. Und das ist wiederum etwas anderes wie das Werk Christi, diese perfekte Anbetung Christi, an der wir Anteil haben, wie wir es in Johannes 4 gesehen haben. Now is Hebrews saying that Christ's perfect service exempts us from any service to God? Sagt der Hebräerbrief nun, dass uns Christi Dienst davon befreit, dass wir selbst irgendeinen Dienst Gott bringen müssen. If that were the case, there would be a huge contradiction between Romans and Hebrews. Wenn dem so wäre, dann wäre da ein großer Widerspruch zwischen dem Römerbrief und dem Hebräerbrief. Aber die Logik des Hebräerbriefes endet nicht in Kapitel 9. Having joined the assembly of the firstborn, we are called to respond with our own appropriate service. Da wir nun Teil der Versammlung der Erstgeborenen sind, sind wir auch gerufen, in einer angemessenen Art und Weise mit unserem eigenen Dienst zu antworten. Hebrews 12, 28-29 Ich lese uns, Hebräer 12, Verse 28-29 Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen, mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. It's Hebrews 13, that then goes on to paint a picture of this acceptable service in terms of our adoration and action. Hebräer 13 malt uns dann ein Bild vor Augen von solch einem Dienst hinsichtlich unserer Verehrung, unserer Ehrerbietung und unserer Aktion, unserer Taten. Das Gebetsbuch der anglikanischen Kirche beinhaltet das sogenannte allgemeine Gebet der Dankbarkeit, welches in einer wunderbaren Art und Weise die neutestamentliche Lehre bezüglich des Dienstes zusammenfasst. Und wir flehen dich an, dass du uns das gebührende Verständnis von all deinen Erbarmungen gibst, dass unsere Herzen dir ungeheuchelt dankbar sein mögen. Dass wir dich preisen, nicht allein mit unseren Lippen, sondern mit unseren Leben. Indem wir uns selbst hingeben, dir zum Dienst und vor dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit all unsere Tage. Man hört in diesem Gebet einen Widerhall sowohl von Römer 12 als auch von Hebräer 13. Wir preisen Gott nicht allein mit unseren Lippen, sondern auch mit unserem Leben. Und wir bringen ihm unseren Dienst dar, in dem Kontext dessen, dass wir zuerst gerecht gemacht worden sind. Das heißt, wir können Gott nur deshalb dienen, weil wir zuerst allein aus Gnade gerettet worden sind. Aber Hebräer 13 in besonderem Maße bringt diesen Lobpreis und diesen Dienst ganz eng zusammen. Und ich mag diese Aussage, die uns hilft, die Natur von Anbetung zu verstehen. Die Aussage, dass Anbetung sowohl Verehrung als auch Aktion ist. Es ist ein hilfreicher Weg, um unseren Dienst für Gott in diesen zwei Dimensionen zu sehen. Wir bringen Gott unsere Verehrung und unsere Taten nicht dar als Werke, um uns seinen Segen oder seinen Lohn zu verdienen, sondern als Antwort auf Christi perfekten Dienst, auf Christi perfekte Anbetung. Und was Gott gefällt, ist weder die Aktion noch die Verehrung an sich oder alleine für sich. Lobpreis ohne Taten ist hohl. Genauso sind Aktionen ohne Dankbarkeit leere Werke. Acceptable Service requires both our lips and our lives. Ein angenehmer Dienst vor Gott braucht deshalb beides, unsere Lippen und unser Leben. Schaut mit mir Hebräer 13 an und haltet im Hinterkopf, dass es hier vor allem darum geht, wie ein angenehmer Dienst aussieht. Und was wir hier sehen, ist einmal die Motivation für unseren Dienst, dann Vorbilder für unseren Dienst und die Art und Weise, wie wir dienen sollten. Vers 1. In Vers 1 wird deutlich, dass die Motivation für unseren Dienst die Liebe ist. Let brotherly love continue. Love shows itself in hospitality, the honoring of marriage and contentment. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, heißt es da. Und Anbetung zeigt sich in Gastfreundlichkeit, in der Ehre von der Ehe. Our motivation for service is love. Die Motivation für unseren Dienst ist Liebe. Schaut euch Vers 7 an, da sehen wir als zweites, dass wir dazu aufgerufen sind, Vorbilder von Gottesfürchtigkeit zu haben. Der Autor ruft uns dazu auf, auf die zu schauen, die das Wort predigen. Weil wahre Verkündiger des Glaubens eben auch das leben, was sie verkündigen. Wenn du ein Gemeindeleiter bist, dann ist Teil deines Auftrages, ein gottesfürchtiges, gottangenehmes Leben zu inspirieren durch dein eigenes Vorbild. Wir leben eben diese Gottesfürchtigkeit vor. In Vers 9 sehen wir da als drittes die Art und Weise unseres Dienstes. Der Autor spricht jetzt hier wiederum über Speisevorschriften und Opfer. In contrast to the true teachers of the word, we are warned not to follow teachers who don't preach a true gospel. Im Kontrast zu den wahren Lehrern des Wortes werden wir davor gewarnt, keinen Lehrern zu folgen, die nicht das wahre Evangelium predigen. Diese Lehrer verkündigen einen Glauben, der auf Speisevorschriften und auf Opfervorschriften basiert. Wenn diese falschen Lehrer sagen, dass wir immer noch irgendwelche Riten oder Zeremonien einhalten müssen, dann macht das das Werk Christi überflüssig. Vielmehr wird uns gesagt, dass die Art und Weise, wie wir dienen sollen, durch Verehrung und Aktion ist. Vers 15 zeigt uns noch mal drei Schlüsselaspekte von unserer Verehrung und von unserer Aktion. Angenehmer Dienst passiert in Christus. Es ist eine Erinnerung daran, dass nur Christus allein jeglichen Dienst für Gott angenehm und ausreichend macht. Christus allein offert den Rituellen Dienst, der notwendig ist, um die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen. Deshalb ist es nur in unserer Einheit mit Christus, dass irgendeines unserer Werke Gott gefallen kann. Aber diese Werke bestehen eben nicht aus religiösen Ritualen oder Liturgien. Vielmehr ist unser Opfer ein Lobpreis, die Frucht unserer Lippen. Das ist unsere Verehrung. Und es ist in keiner Weise irgendwie eine neue Idee jetzt in der Bibel. Aus diesem Grund haben schon Mose und die Israeliten am Ufer des Roten Meeres gesungen. Es war das Lied von Deborah, das Lied Davids, das Lied der Herrscher in Offenbarung 19. Wir haben jetzt nicht die Zeit detailliert auf die Natur des Lobpreises einzugehen. Aber durch die gesamte Bibel hindurch gibt es diese Überzeugung, dass Lobpreis mehr ist als nur der Ausdruck unserer Dankbarkeit. Lobpreis ist gleichzeitig auch unser, besteht darin, dass wir für Gott Werbung betreiben, wenn man so will. Lobpreis heißt, anderen und uns selbst immer wieder neu zu erzählen, was Gott getan hat, sodass er unsere Dankbarkeit verdient. Und ganz offensichtlich kann das in unseren Liedern passieren, wie die Psalmen uns aufzeigen. Aber Lobpreis ist auch das, was unsere Evangelisation antreiben sollte. Im ersten Petrusbrief heißt es, dass die Gemeinde dazu existiert, den zu loben und zu preisen, der uns von der Finsternis in sein Licht berufen hat. Lobpreis ist der Überfluss eines dankbaren Herzens. Und das ist auch die Kundgebung von Gottes Taten, von den Taten Gottes und unserer Erlösung. Gleichzeitig ist unser Opfer auch, oder das Opfer von einem angenehmen Dienst, besteht in guten Taten, in unseren Aktionen. Wir greifen noch einmal die Idee aus Römer 12 auf, dass unser ganzes Leben ein Opfer ist. Sowohl im Römer- als auch im Hebräerbrief ist unser Dienst eine Imitation von Christi-Beispiel. Ja, das Beispiel, andere vor uns selbst oder über uns zu stellen und in diesem Fall auch etwas mit anderen zu teilen, was wir haben. So, acceptable service involves both Adoration and Action, not one or the other. Angenehmer Dienst beinhaltet also beides, Verehrung und Aktion, nicht nur eins. It's not that praise is good, but action is better, or the other way around. Es ist nicht nur, dass Lobpreis gut ist, aber die Aktion schlecht oder andersrum. No acceptable service involves both our lips and our lives. Nein, ein angenehmer Dienst, eine wohlgefällige Anbetung Gottes beinhaltet beides, unsere Lippen und unser ganzes Leben. One commentator has said, the purpose of action is not merely to provide material support for a life of adoration. Ein Kommentator hat mal gesagt, der Zweck unserer Aktion besteht nicht nur darin, die materielle Versorgung für unser Leben der Verehrung sicherzustellen. Und der Zweck unserer Verehrung besteht nicht nur darin, geistliche Stärke für unser Leben an Aktionen zur Verfügung zu stellen. Wenn wir Gott Verehrung entgegenbringen, dann jubeln wir über seine großartigen Taten und Aktionen. Und wenn wir in dieser Welt agieren und Taten vollbringen, dann bringen wir Gott gleichzeitig einen geistlichen Dienst da, ein geistliches Opfer da. Lass uns also nochmal zusammenfassen, was wir bis jetzt gesehen haben. Erstens, die Bibel hat Gottes Volk schon immer dazu aufgerufen, ihr ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen. Zweitens, im Alten Testament war ein Teil dieses Dienstes mit den Ritualen im Tempel beschäftigt. Aber das Neue Testament macht deutlich, dass all diese Dinge uns nur auf Christus, auf das Kreuz und auf sein fortwährendes Werk als unser Mittler hinweisen sollten. Und drittens, im Lichte von Christi Werk ist der Gläubige erneut dazu aufgerufen, ihm zu dienen, einen opfervollen Dienst darzubringen in beidem, im Lobpreis und der Aktion. Dieser hingebungsvolle Dienst, sowohl in Lobpreis als auch in der Aktion. Nun, ganz am Ende noch ein paar Anwendungen. Ist Liturgie schlecht? Well, there is a view that says, because we are in Christ, we both participate in Christ's ritual service and we continue the old patterns of worship in the church. Es gibt ja diese Ansicht, die sagt, dass, weil wir in Christus sind, wir sowohl Anteil an seinem rituellen Dienst haben und gleichzeitig aber doch irgendwie die alttestamentlichen Muster der Anbetung in unserer Gemeinde fortführen sollten. Und ich denke, wir haben gesehen, dass das Neue Testament in keiner Weise diese Schlussfolgerung irgendwie fördert. Aber können wir deshalb sagen, dass Liturgie an sich nutzlos ist? Ich würde sagen, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise Liturgie gebrauchen, jedes Mal, wenn wir unsere Versammlungen nach einem bestimmten Muster anordnen. Und die Liturgie ist hilfreich, wenn sie dazu führt, dass wir unsere Versammlungen um das Evangelium herum gestalten. Vaughn wird noch viel mehr über die Versammlungen sagen. Deshalb ist alles, was ich jetzt sagen werde, dass ein durchdachtes Muster ein guter Weg ist, sicherzustellen, dass unsere Versammlungen gewisse Evangeliumskategorien beinhalten. Acts 2, for example, describes the first believers as devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Apostelgeschichte 2 beispielsweise beschreibt, wie die ersten Gläubigen sich selbst der apostolischen Lehre hingeben, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und dem Gebet. Verschreibt Lukas hier eine frühe Form der Liturgie? Ich denke nicht. Aber er beschreibt ein Muster von Gemeindeleben, das sicherlich hilfreich für uns ist. Und wir sehen, dass andere neutestamentliche Autoren ebenfalls die Zentralität des Wortes, des Gebets, der Liebe und der Gemeinschaft mit anderen befürworten. Der Reformator Calvin hat sehr deutlich, sehr stark gegen die Riten der katholischen Kirche geschrieben, argumentiert. Yet Calvin still spoke of worship, both spiritual worship and public worship. Aber nichtsdestotrotz hat Calvin immer noch von Anbetung gesprochen, sowohl der geistlichen Anbetung als auch der öffentlichen Anbetung. Und mit dieser öffentlichen Anbetung hat Calvin das Gebet, den Lobpreis und den Gesang gemeint. Diese öffentliche Anbetung war sehr eng verbunden mit der Predigt des Wortes Gottes und mit dem Sakrament des Abendmahls. Heutzutage haben viele Gemeinden traditionelle Liturgien über Bord geworfen. Aber ich denke, dass unser Gesang hilfreich dabei sein kann, dass wir Dinge wie Glaubensbekenntnisse, Sündenbekenntnisse, Klagen, Gebete, Lobpreise, Verehrungen als reguläre Teile unserer Versammlungen beibehalten. Unser Gesang sollte nicht nur eine zufällige Ansammlung von irgendwelchen Lieblingsliedern sein. Ich rede nicht davon, dass unsere Liturgie nun Christi-Priesterdienst übernimmt. Ich rede nur davon, dass wir unsere Versammlungen um die Reichhaltigkeit des Evangeliums herum gestalten sollten. Zuletzt sollten wir von der christlichen Versammlung als Anbetung oder Gottesdienst reden. Ich gestehe, das ist eine kontroverse Frage. Ein Argument ist, wenn unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein sollte, dann beinhaltet das auch die Versammlungen. Obwohl das wahr ist, scheint das Neue Testament den christlichen Versammlungen eine sehr große Wichtigkeit beizumessen, aber für einen anderen Grund, aus einem anderen Grund heraus. Die Versammlung ist wichtig, weil sie darin besteht, dass Gottes Volk sich um Jesus herum versammelt, der dann gegenwärtig ist in seinem Wort und durch seinen Geist. In anderen Worten, die Gemeinde ist wichtig im Neuen Testament, weil es die Gemeinde in Christus ist. Die Gemeinde ist kein neuer, kein verbesserter Tempel aus dem Neuen Testament. Don Carson hat dafür argumentiert, dass obwohl das Neue Testament unsere Versammlung nicht als Gottesdienst bezeichnet, dass es doch irgendwie angemessen ist, unsere Versammlungen als gemeinsamen Gottesdienst, gemeinsame Anbetung zu bezeichnen. Er hat diesen Vorschlag gemacht, teilweise deshalb, um unsere Versammlung als Gemeinde von der geistlichen Anbetung in Christus zu unterscheiden. Aber auch aus dem ganz pragmatischen Sinn heraus, dass es einfach zu schwierig ist, die Art und Weise, wie Menschen diese Sprache der Anbetung oder des Gottesdienstes verwenden, zu ändern. Ich selbst gehe deshalb jetzt nicht herum und verbessere jeden, der vorne steht in der Gemeinde und die Leute zu einer ganz speziellen Zeit der Anbetung aufruft. Ich nehme mir einfach gern zur Kenntnis, dass die Sprache sich entwickelt. Und heutzutage gibt es eben ein Vokabular der Anbetung, das Teile unserer Gemeindeversammlung beschreibt. Wieso ich aber dennoch wegsteuere von dieser Verwendung des Anbetungsvokabular für die Versammlung der Gemeinde, ist erstens, weil ich akkurat sein möchte in meiner Verwendung der biblischen Sprache. Und zweitens, weil ich vermeiden möchte, dass die Gemeinden verwirrt sind, wie sie in Beziehung treten können mit Gott. Ich möchte nicht, dass Gemeinden denken, dass ihr Singen oder ihre guten Taten in irgendeiner Art und Weise das bewirken können, was allein das perfekte, das vollkommene Werk Christi bewirken kann. Und ich weiß, dass es manche Gemeinden gibt, die die Dinge noch mehr verwirren, indem sie in bestimmter Art und Weise diesen mystischen Aspekt der Liturgie sehr betonen. und eine Betonung auf diese Erfahrung Gottes legen. Und die Wahrheit ist, wir haben irgendwie alle diese natürliche Neigung zu meinen, in das, wie wir Gott in irgendeiner Art und Weise zufriedenstellen müssen. Und eine gute biblische Theologie von Anbetung und von Dienst bewahrt uns davor. Und deshalb will ich nicht, dass mein Singen oder mein Beten, mein Lobpreis, irgendetwas anderes wird als nur die Frucht meiner Lippen. Und ich möchte nicht, dass mein großzügiges Geben, Spenden von Geld oder meine sozialen Aktivitäten, meine sozialen Hilfstätigkeiten in irgendeiner Art und Weise irgendetwas anderes reflektieren als nur Christi eigenen demütigen Dienst. Der Dienst eines Christen geschieht nur unter dem Schirm von Gottes Gnade. Und diese Gnade ist vollkommen verwirklicht durch den Tod und die Auferstehung und das fortwährende Werk Christi. Es ist richtig, dass wir Christus nachfolgen, ihn imitieren. Aber wir können niemals das tun, was allein er bewirkt hat. Loben wir Gott darüber. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für das vollkommene Opfer Christi an unserer Stadt. Wir danken dir, dass er diese perfekte Ehrerbietung, diesen perfekten Respekt dir gegenüber, er darbringt. Und er stellt all diese Anforderungen zufrieden, die eigentlich aufgrund unserer Sünde dar gewesen wären, dass wir bestraft hätten werden müssen dafür. Gib du uns deshalb Herzen, die voll von Dankbarkeit und Lobpreis sind. Und Leben, die sich auszeichnen durch einen gehorsamen Dienst dir gegenüber. In Jesus' Namen beten wir. Amen.